Mei, ich muss fast sagen, das mit dem 1,50 Meter Abstand ist gar nicht so leicht ein zu halten. Fahle mich, ich tue mich eh so schwer mit Entfernungen. Aber wie macht es denn eh das? Mei, 1,50 Meter ist ganz einfach. Das sind genau 5 x 30 cm. Ja, super. Und woher soll ich jetzt wissen, wie viel 30 cm sind? Mei, 30 cm, das ist so ein Maß, das habe ich quasi immer in den Hosen dabei. Du Angeber, Alter. Los, Team. 30 cm.